Liebe Fuzzis, wisst ihr eigentlich, warum Robert Habeck Wirtschaftsministerin geworden ist? Weil er schon als Kind eine ganz besondere Begabung gezeigt hat. Ich finde, meine Begabung liegt darin, dass ich Dinge schneller begreife als viele andere, als der Durchschnitt. Und meine Hauptbegabung liegt in der Mathematik, da bin ich am schnellsten. Und begreife vielleicht auch manchmal Dinge, die andere nie begreifen werden.